Hi und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin der Basti und mit mir erfährst du alles, was mit dem Thema Krypto und natürlich Krypto-Trading zu tun hat. Wir traden bei Bitcoin bei 22.300 US-Dollar. Wir hatten gestern einen kleinen Pump nochmal gesehen zum Wochenschluss, weshalb das Ganze passiert ist. Das erfährst du jetzt genau hier in diesem Video. Wir schauen uns auch ganz genau die nächsten Preisziele an und was wir jetzt vom Bitcoin und vom allgemeinen Kryptosektor erwarten können. Denn die SVB, also die Silicon Valley Bank, wurde ja jetzt hier gerettet. Alle Informationen findest du auch jetzt hier in diesem Video. Deshalb unbedingt bis zum Ende dranbleiben. Würde mich sehr drüber freuen, wenn du auch hier reinsteunst in die Community. Lass gerne kostenlosen Abo da, du bekommst von Montag bis Sonntag immer aktuelle News und Update-Videos, was zum Thema Krypto-Trading und vor allem dann auch Krypto-News angeht. In diesem Sinne, starten wir direkt rein. Let's go! Alright, gut. Also ich würde sagen, wir starten erstmal mit der technischen Sache und dann gehen wir rein in den Informationsteil. Gut, also 4-Stunden-Chart, wie du ganz schön sehen kannst, ist im Moment so, dass wir hier die ganze Bewegung von Freitagabend, die sich ja hier herauskristallisiert hat, wieder komplett abgebaut haben. Wir sind jetzt genau wieder in dieser kleineren Konsolidierungsphase, die sich hier geformt hat, bevor wir hier nach unten hin abverkauft worden sind und hier die FAT zugeschlagen hat letzte Woche. Ja, ihr wisst ja auch, also Silicon Valley Bank ist ja jetzt hier bankrott gewesen. Ja, ich sage extra gewesen. Die News dazu schauen wir uns dann auch gleich nochmal dazu an. Des Weiteren haben die Leute dann weiterhin noch Angst, dass die Zinsen immer noch weiter sehr stark ansteigen werden am 22. Das ist ja auch schon wieder in 10 Tagen. Heute hat auch Jerome Paul wieder ein Notfall-Meeting zu diesem ganzen Thema. Ich persönlich werde dann auch nochmal am Ende dieses Videos dir ganz genau sagen, was ich jetzt für möglich halte und vor allem, was ich jetzt hier machen werde. Das würde dich wahrscheinlich jetzt hier am meisten interessieren. Gut, also gehen wir jetzt hier mal kurz rein. 4-Stunden-Chart. Wir hatten dann hier unten die kleine Support-Zone dann hier gesehen, sind jetzt auch hier nach oben dann gebounced. Das lag zum einen daran, dass die Bank jetzt hier gerettet wird. Das heißt, die Silicon Valley Bank wurde jetzt hier gestern gerettet und zwar hat die FAT gesagt, wir werden komplett alle Einlagen absichern. Also auch hier seht ihr das, war eigentlich zu erwarten. Habt ihr ja gestern auch im Livestream gesagt, sie werden so eine Bank nicht fallen lassen. Weil wenn sie so etwas tun würden, wäre das ein massiver Kollaps für das ganze Bankensystem in den USA und dann eigentlich fast weltweit. Deshalb springt der Staat jetzt ein und übernimmt die ganzen Schulden und beziehungsweise hat den ganzen Anlegern hier versprochen, dass sie an ihr Geld kommen. Das bedeutet heute, wenn die Leute auf die Bank gehen und ihr Geld dort abziehen, werden sie eins zu eins das wiederfinden, was auf ihrem Konto ist und kommen auch an das ganze Geld ran. Das ist schon mal eine sehr wichtige Information. Deshalb haben wir dann gestern auch hier diese Erholungsphase dann gesehen, dieser Pump, auch die traditionellen Märkte mit den CME Futures und so weiter sind dann auch gut gestiegen. Und auch der Ethereum Chart ist gut reingestiegen dann hier gestern Abend noch. Und das ist dann genau der Grund gewesen, wieso wir hier nochmal dann einen schönen Pump nach oben gesehen haben. Denn die Pleite wurde sozusagen dann abgewendet und die Hunden kommen wieder komplett an ihr Geld ran. Ob das Ganze jetzt positiv für den Markt ist, sei mal dahingestellt. Weil man muss auch dazu sagen, wie wird das abgesichert mit zig Milliarden US-Dollar. Und das ist nämlich genau der springende Punkt. Denn es ist im Moment so, dass dieses Programm, das jetzt hier die Fed auf den Weg gebracht hat, knapp ein Jahr gilt. Und mit knappen 25 Milliarden US-Dollar hat man hier jetzt ein Paket geschnürt, um die SVB sozusagen zu retten. Und das ist genau der Punkt. 25 Milliarden, wo kommen die denn auf einmal her? Es wird wieder Geld gedruckt. Und deshalb hat dann hier auch der Kryptosektor das Ganze wieder gut aufgefasst. Schauen wir uns das jetzt nochmal ganz kurz auf den 15-Minuten-Chart an. Für euch Daytrader, was können wir jetzt hier erstmal erwarten? Und wie du ganz gut sehen kannst, sind wir jetzt genau in dieser Konsolidierungsphase hier oben drin. Was mir im Moment noch nicht so krass gefällt, ist zum einen, dass wir hier nochmal eine sehr, sehr starke Vector Candle haben. Allerdings hier unten, diese Vector Candles wurden dann hier gestern fast wieder alle abgeholt, außer die hier unten. Aber man sieht ja auch nochmal ganz schön, wir hatten uns dann gestern im Livestream angeschaut, dass wir hier nicht über den 800 EMA auf den 15-Minuten-Chart drüber kommen. Hatten dann hier auch wieder nochmal ein bisschen Probleme. Wir sind hier abverkauft worden, haben dann hier nochmal das Ganze hier angetestet über mehrere Stunden. Das waren dann nochmal ein, zwei Stunden, wo wir hier nicht drüber gekommen sind. Und dann hatten wir hier wieder eine Initialisierung drüber mit dieser sehr starken Vector Candle nach oben. Da sind wir dann wirklich sehr, sehr stark nach oben gestiegen und sind jetzt genau wieder bei unseren 22.400 Dollar in der Konsolidierungsphase auf unserem 4-Stunden-Chart, was ich dir gerade eben gezeigt habe. Jetzt wird es auch interessant, unser Daily Open liegt nämlich genau hier bei 22.000 Dollar. Also genau bei einer runden Marke mit 22.000 Dollar liegt unser Daily Open. Seit das Daily Open aufgemacht hat, seit eben die neue Wochenkerze begonnen hat, sind wir hier wieder nach oben gepumpt. Wir hatten noch nicht einmal unser Daily Open getestet, sondern nur unser M3 Level. Du siehst es hier nochmal ganz schön, nur das M3 Level wurde hier angetestet. Und da wird die Sache natürlich jetzt interessant werden, denn ich persönlich glaube nochmal, dass wir kurzfristig hier nochmal runterkommen können, das Daily Open antesten, dann aber der nächste Move wieder nach oben geht. Wir müssen uns heute ganz genau im Detail anschauen, wo die traditionellen Märkte heute öffnen und vor allem gibt es einen Bankrun oder nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es dennoch einen Bankrun gibt, denn die Leute wollen ihr Geld da rausziehen aus der Bank. Wird wahrscheinlich keine großen Auswirkungen jetzt haben, aber man muss wirklich sehr, sehr vorsichtig sein, denn das heißt, es wird keine großen Auswirkungen wahrscheinlich jetzt erstmal auf die traditionellen Märkte haben. Aber wenn dieser Bankrun sich fortsetzt und wirklich die ganzen Kundengelder von einer Bank abgezogen werden, dann fehlen daher auch wieder liquide Mittel. Und die liquiden Mittel müsste die FED dann wieder nachschießen. Also du siehst, es ist wieder ein Teufelskreis. Und alle Informationen erfährst du natürlich auf meinem YouTube-Kanal und vor allem auf meinem Telegram-Kanal. Wenn irgendwas passiert im heutigen Tag, poste ich das sofort hier rein. Da sind 11.574 Leute drin. Es wäre auf jeden Fall ratsam, hier mit reinzukommen. Und ganz wichtig, schaltet dieses Ding nicht auf stumm, weil ich poste hier wirklich nur rein, wenn es wirklich sehr, sehr wichtig ist. Das ist keine Spam-Gruppe oder sonstiges, dass die ganze Zeit alle fünf Minuten dein Handy klingelt. Nein, sondern da kommt nur das rein, was unheimlich wichtig ist für unseren Tagesschart und vor allem für unser Daytrading. Für den heutigen Tag, was nochmal interessant wäre, ist dann folgendes. Wenn wir hier nochmal runterkommen sollten, um die Vector-Kendel abzuholen, das wäre dann hier nochmal durchaus so eine Möglichkeit, hier nochmal einzusteigen. Allerdings seid wirklich sehr vorsichtig. Ich werde dich dann auch nochmal in Telegram darüber informieren, was ich dann in dieser Situation dann hier mache. Keine Finanzberatung an der Stelle, aber wir brauchen dann halt hier wieder so einen schönen doppelten Boden. Nur weil wir hier kurz runterfallen, ein Bick hier irgendwie das M2-Level vielleicht antesten oder den Pivot-Point, würde ich nicht einfach hier blind in den Markt reingehen. Vor allem, weil einfach die ganze makroökonomische Sicht jetzt hier sehr, sehr großen Einfluss auf uns hat. Und das ist das ganz große Thema. Das heißt, gehen wir noch ganz kurz in den Tagesschart rein. Tagesschart sieht im Moment ganz okay aus. Ihr seht jetzt auch hier nochmal ganz schön. Wir sind hier runtergefallen bis 19.500 US-Dollar. Dann haben wir dann genau die 20.000 Dollar als Tagesclose gehabt. 20.000 Dollar, psychologisch wichtiges Level. Habe ich vor ein paar Tagen schon mal erwähnt. Und jetzt wird die Sache nämlich interessant. Wir haben zum einen unsere gelben V-Webs hier an dieser Stelle. Einmal hier und einmal hier unten. Und im Moment sieht es danach aus, als würden wir jetzt erstmal wieder so ein paar kleine Schwierigkeiten, bekommen, über diesen V-Web jetzt hier nach oben drüber zu brechen. Du siehst es nämlich genau hier an dieser Stelle. Hier kommen wir im Moment nicht drüber. Das war die ganze Zeit hier davor sehr, sehr starker immer wieder Support. Und jetzt ist das wieder zu Widerstand geworden. Das heißt, am besten wäre es natürlich, wenn wir einen Daily Close über 23.000 Dollar hätten. Denn da ist auch nochmal unser Point of Control. Ziehen wir das Ganze mal ein bisschen weiter. Ob er sich hier verschoben hat? Nein, er hat sich nicht verschoben. Und jetzt schaut euch das an. Und deshalb ist einfach dieser Point of Control immer so wichtig. Was ist der Point of Control? Der Point of Control zeigt uns an, wo das meiste Handelsvolumen in dieser ganzen Bewegung hier abgehandelt worden ist. Das heißt, die Leute, also die Leute, die kaufen und verkaufen, haben sich genau in diesem Preis darauf geeinigt, dass wir hier gerne kaufen oder verkaufen möchten. Und das sind dann immer solche Schlüssellevels. Also das bedeutet, auch hier seht ihr es einfach nochmal ganz schön mit dem Pump dann heute Nacht hier hoch. Genau auf den Point of Control. Und da wird die Sache dann interessant werden. Am 22. ist dann Fett Zinsentscheid. Unser RSI hier unten ist in den überverkauften Bereich reingekommen auf dem Tagesschart. Auch hier haben wir jetzt einen schönen Bounce gesehen. Man muss auch dazu sagen, dass wir hier durchaus immer noch mal so einen Downtrend haben. Wenn man das ein bisschen anders ansetzt, dann sieht man, dass man hier genau jetzt kurzfristig gesehen erstmal hier durchgebrochen sind. Heißt jetzt aber nicht, dass wir jetzt irgendwie einen Megapump auf 30.000 Dollar erwarten können. Es kommt wirklich darauf an, was jetzt in den USA passiert und was die traditionellen Märkte hier machen. Dann gehen wir noch kurz rein, schauen uns nochmal Ethereum an. Ethereum auch hier unten, nach hier unten rein auf 1.366. Gestern habe ich euch meine Nachkauf-Level gesagt. Es war genau diese Zone hier, wurde leider nicht abgeholt, aber ist nicht schlimm. Wir sind jetzt genau wieder in dieser Konsolidierungsphase hier drin mit sehr großen Vektor-Candles, die wir hier auch dann nochmal sehen bei Ethereum. Und solange Ethereum diese Hochsee oben nicht rausnimmt, da ihr seht, das sind genau diese Hochsee an dieser Stelle, können wir auch wieder hier ein, zwei Monate komplett wieder in die Seitwärtsphase reingehen. Also das einfach nur nochmal für euch als Information bei Ethereum. Bei Ethereum ist es auch so, RSI, RSI, Entschuldigung, der RSI hier unten ist nicht in den überverkauften Bereich reingegangen. Und wir sehen jetzt hier möglicherweise ein bullisches Cross von unserem MACD. Also da wird es dann auch nochmal interessant werden, sollten wir nämlich hier ein bullisches Cross kriegen, ist das erstmal jetzt kurzfristig gesehen für die Mehreren oder für die nächsten Tage erstmal noch ein bullisches Zeichen. Das auf jeden Fall mal dazu. Dann schauen wir uns USDC an. Wie sieht es da im Moment aus? Also USDC auf USDT-Basis ist jetzt hier fast wieder bei 99 Cent, also jetzt hier wieder fast auf 1 Dollar. Gab ja hier dann diesen Crash wegen Silicon Valley Bank. Ich habe gestern nochmal alles im Detail in meinem Video reingebracht und das war einfach das ganz große Problem, was wir hier gesehen haben. Gut, das auf jeden Fall jetzt hier zu USDC. Das heißt, da ist es im Moment so 98, selbst bei USDC-US-Dollar sind wir wieder auf der 1 Dollar Parität. Also da sieht es wieder ganz okay aus. Auch hier bei USDC-USDT gehe ich davon aus, dass wir jetzt in den nächsten Tagen hier oben wieder reinkommen. Denn man kann erwarten, dass USDC hier seine Gelder dann wieder rankommt bzw. abheben kann. Was auch immer, diese 3,3 Milliarden Dollar werden dann auf jeden Fall nicht verschwunden sein. Denn die FED geht ja hier ganz groß big mit rein ins Geschäft. Das ist genau der Punkt, weshalb dann hier wieder ein neues Programm geschnürt wird. Die FED druckt sozusagen wieder Geld und jetzt ist es so, mein Ausblick, das würde dich wahrscheinlich jetzt am meisten interessieren. Ich persönlich gehe davon aus und das ist meine persönliche Einschätzung, aber du kannst auch gerne mal deine Meinung unten reinschreiben. Erstens, die FED wird jetzt hier die Bank retten. Das wurde getan. Das ist jetzt hier auch der Fakt. Also die Bank ist gerettet. Jeder kommt an sein Geld ran. Erstmal ganz gut. Weshalb können sie diese retten? Weil sie neues Geld und frisches Geld drucken. Was wird dann am 22. passieren? Die FED wird ihre Zinsen nicht erhöhen. Ja, die Prognosen waren ja 0,25% oder 0,5%, 75% der ganzen Marktteilnehmer ist davon ausgegangen, dass wir diese 0,5% sehen. Ich persönlich glaube, dass die FED jetzt komplett keine Zinsen erhöhen wird, weil du weißt ja nicht, was mit anderen Banken ist. Ob die auch kurz vor der Klippe stehen? Ja, und das ist das ganz große Problem. Deshalb gehe ich davon aus, dass die FED die Zinsen nicht erhöhen wird. Das wird zu einem erheblichen Move und zu einem sehr starken Pump im traditionellen Markt führen und auch bei unserem Bitcoin-Preis und somit dann auch im ganzen Kryptosektor. Ja, das bedeutet, die FED muss wieder zurückrudern. Die hat sich hier komplett verkalkuliert und verspekuliert. Sie hat gedacht, indem sie die Zinsen einfach kontinuierlich die ganze Zeit anhebt, 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 kann sie gegen die Inflation kämpfen. Das ist jetzt hier leider nicht der Fall gewesen und hat sich halt dann jetzt hier wirklich negativ ausgespielt. Schreib gerne mal deine Meinung unten rein in die Kommentare. Gerne kannst du auch noch für den Black Bull Award 2023 für mich abstimmen. Da bin ich nominiert als Kryptospezialist. Einfach ganz nach unten scrollen. BTC Moneymaker eingeben, Vorname und E-Mail angeben und dann abschicken. Es ist dann noch bis zum 16.3. der Fall, dass ihr abstimmen könnt. Also noch drei Tage. Würde mich da auf jeden Fall sehr drüber freuen. Dann lasst uns das Ding in die Community holen. Letztes Mal sind wir auf den dritten Platz gelandet. Würde mich da auf jeden Fall sehr drüber freuen. Deshalb ballert da gerne noch eure E-Mail Adressen rein. Den Vorname ganz wichtig. In dieser E-Mail ist dann ein Link. Da musst du draufklicken. Erst dann wird nämlich deine Stimme gezählt. Dann schauen wir uns noch ganz kurz hier die Liquidität an. Wie sieht es da im Moment bei Bitcoin aus? Und zwar ist es im Moment so, dass wir hier bei Bitcoin jetzt sehen, dass ein bisschen was hier da reinkommt. 500 Bitcoin liegen bei knapp 21.725 Dollar bereit zum Nachkaufen. Das war dann hier genau diese Zone. Und ihr seht es auch hier unten. Das Orderbuch Delta ist jetzt wieder positiv gefüllt. Das war jetzt hier unten bei diesem Drop, was man hier gesehen hat. Und in dieser Seitwärtsphase, wovon noch viele ausgegangen sind, dass wir nochmal weiter nach unten fallen. Ja, sieht man, dass das Orderbuch dann hier ins negative Delta gegangen ist. Jetzt sind wir wieder komplett im Positiven, was dann auch jetzt hier natürlich dem Pump zu schulden war. Aber du siehst halt hier auch nochmal ganz gut. Ja, im Moment sind keine großartigen größeren Positionen oder an Liquidität jetzt erstmal hier vorhanden. Wir haben die 21.725. Hier unten liegt noch ein bisschen was. Knappe 400 Bitcoin bei 20.100. Und knappe 471 Bitcoin bei 20.000 Dollar. Und über uns baut sich ein bisschen was auf. Wieder, wer hätte es gedacht, bei 25.000. Wir schauen uns hier nur Binance UST an. Das bedeutet, 416 Bitcoin liegen bei 25.000 Dollar schon parat. Auch dann nochmal 280 bei 25.100. Also dieser ganze Block ist wieder bei 25.000 Dollar gefüllt. Auf jeden Fall sehr interessant. Wirtschaftskalender gehen wir auch nochmal kurz rein. Wie sieht es im Moment diese Woche aus? In dieser Woche wird es sehr interessant werden. Zum einen morgen kommen wieder Inflationszahlen. Prognose 6,0%. Letzten Monat waren wir bei 6,4%. Also die ganze Woche ist auch wieder gespickt mit sehr wichtigen Zahlen, mit sehr wichtigen Wirtschaftszahlen. Dann kommt dann am Mittwoch dann nochmal Einzelhandelsumsätze raus. Dann Erzeugerpreisindex für den Monat Februar kommt dann auch nochmal raus. Um 13.30 Uhr. Dann haben wir am Donnerstag nochmal Erstanträge zur Arbeitslosenhilfe. Und dann der Philly-Fed-Herstellungsindex, was auch nochmal ein sehr wichtiges Datum ist. Also auch hier dann 13.30 Uhr wird das Ganze rauskommen. Also auch Leute da wirklich die ganze Woche wieder vollgepackt. Wenn was passiert, wirst du es auf jeden Fall bei mir erfahren. Dann nochmal hier die kurze Zusammenfassung. Ja, weshalb dann die Bitcoin nach dem Rettungspaket sozusagen hier gestiegen ist. Und das Rettungspaket wurde dann halt jetzt hier von der FED auf den Weg gebracht. Und ja, da wird es auf jeden Fall sehr interessant. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall sehr über ein Abonnement freuen. Gerne auch ein Like da lassen. Schreib deine Meinung unten rein in die Kommentare. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Bis dann. Euer Basti. Und wie immer. Ciao, ciao. Ciao.